Moment Ich will sie nicht nerven, die sieht beschäftigt aus Außerdem ist sie eine alte Schlampe Okay, ähm Ich kann das nicht an, ich meine das ernst, das brauche ich Okay, Mann, ganz ruhig Haben deine Eltern dir nicht beigebracht, dass man teilen soll? Ich kann nicht, ich kann halt, ich kann doch nicht, Mann Wtf, ich weiß auch nicht, wie ich es weiter Ich glaube nicht, dass das hinhaut Blödsinn Wozu? Es ist hin Wanns? Ich glaube nicht, dass das hinhaut Vergiss es Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da Ich glaube nur ein Taus und Flasch Okay, mal da was Verdammter McCorney Jetzt komme ich nicht in meine Wohnung Hm Es ist normal, es ist 50 Hierher, Beifuß, komm zur Herrchen Der hört mir gar nicht zu Soll ich die jetzt reparieren oder was? Ähm Für heute habe ich genug in dem Müll der Nachbarn rumgeschnüffelt Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier Oh, das ist noch relativ viel Sachen zu machen, ich weiß auch nicht, wie es Führer soll kommen, ehrlich gesagt Bei meinen letzten Fahrversuchen wurde Sri Lanka von einem Tsunami verwüstet Sicher nur ein Zufall, aber man weiß ja nie Da kommt U-Bahn Fuckin' hell, wo sollst du da hier gehen? Da war ich angefangen Oh, die war mir schon aufhallen Don't knoffeln Gehen wir mal hier ran, gucken ein paar Ja, bis so ein Ich zweifle nicht so drinnen Ich bezweifle nicht richtig Nicht jetzt Hey, wie geht's denn heute so, Pater? Sehen Sie, tut mir leid, dass ich Ihnen gestern die Kreide geklaut habe Und dass ich versucht habe, sie zu vergiften Wissen Sie, ist einfach so passiert Obwohl, jetzt wo ich darüber nachdenke Technisch gesehen sollten Sie sich gar nicht daran erinnern Also vergessen Sie, was ich gerade gesagt habe Braver Junge Hm, Schwarze Wie geht's, Elaine? Seit du hier bist, bin ich unruhig Weißt du, hast Schmetterlinge im Bauch, sobald du mich siehst? Eher Barracudas Elaine, ich bin's doch bloß Du musst nicht gleich weiche Knie kriegen, wenn ich dich anlächle Okay, gut Weil ich nämlich keine habe Ich kenn dich doch, Elaine Ich weiß, wie du dich fühlst Dann weißt du ja, dass mir gerade schlecht ist Ach, weißt du Ich glaub nicht, dass die schnippische Tour das beste Mittel ist, das Herz eines Mannes zu erweichen Wär dir ne Schraubzwinge lieber? Hör mal, Elaine Wir müssen dieses Spielchen nicht mehr durchziehen Ich weiß, dass du mich magst Das Einzige, was ich an dir mag, Randall, ist, wenn du wieder gehst Wenn ich sage, ich werde unruhig, wenn du reinkommst Dann nur, weil ich nicht weiß, ob du ein kotwerfendes Tier dabei hast Oder deinen kotzenden Freund Beides ist nicht so gut Macht das die Sache etwas klarer für dich? Wow Das war ja Die Wahrheit Okay Ich verspreche, mich von jetzt an zu benehmen Vielleicht kann ich ja alles wieder gut machen Ach komm schon, Randall, vergiss es Hm, okay Ich geh mal hoch, Toilette Ich weiß nicht, wie ich so weit meine Ich leite Informationen, ne Kruz Äh, dafür brauche ich irgendwas, wahrscheinlich schon die Hunde schon nicht Äh, haha Ich geh mal durch, nur das kann ich raus Okay Definitiv Also Du, für die Mönche, als innen Die alten Welt, die Mönche, wo ich innen kann ich auch für ein Automat benutzen Für den Kudelautomat Keine Fertigkeit noch braucht, aber Ja, logisch Schon gut gesehen Ähm Mal als Paunscher wahrscheinlich nicht Und Ich schluch kann schon dran Der 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 Da kann ich tatsächlich einen Schraubendreher Da kann ich nicht hin Da kann ich eventuell die Waffe kriegen oder den Tacker Für den Bau von den Dingen, für seine Aufziehung Da kann ich eventuell da mal tauschen Wenn du ein Magnet, was du gerne hättest, gehen wir mal da hin Gehen wir mal da hin, dann kann ich das kriegen Ich weiß nicht, was ich davon lehne Don't knuff Very don't knuff Hm Ich weiß nicht, ob Phil heute sauer auf mich ist Und ehrlich gesagt, ich will das gar nicht rausfinden Ähm Ja, du hast ja dringend umgespielt den Dutern Äh Pfff Ich will mal die Dutern einke Den Typ schon kann alles reparieren Schon die Füte ist der Radio Schon ein Ding in mir, was ich wahrscheinlich schraubend zu erbrauche Ich will das gleich schon ein Kupen bei Ihnen Ich kann mich bloß noch auf verschiedene Sachen erinnern Wir tun alles nicht mehr Fick der Schatz Komm, geh mal da hin Hey, kannst du das reparieren? Tja, mal sehen Oh, ein kaputtes Radio, was? Kein Problem Oh, super Dann hast du's fertig Nicht so schnell, Admiral Ich brauche noch Werkzeug Ach, komm schon Ich dachte, du wärst dieser Tausendsasser von Computeringenieur Solange ich nur das richtige Werkzeug habe Was für Werkzeug brauchst du denn? Ich brauche einen Lötkolben, Zinn und einen Schlitzschraubenzieher Und wo soll ich den ganzen Quatsch hernehmen? Das ist nicht mein Problem, Admiral Tja, na gut Guck mal mal an, bis an dem Herkmal Wow Okay, kann man nicht Äh Äh Also Ich schließe mich weiter Moment Also Äh 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 Noch etwas Duct Tape und Party Tröte zu holen Duct Tape und Party Tröte, hundersch Also Äh Äh Bei Mat angekommen ist Reden Äh Äh Ist ein großer Magneter mit einem Tisch, aber Nicht ran kommen Nicht einmal mit dem Entschern, Entschernwege ist der Weg, okay Okay.